jo youtube was geht heute wieder mit dem bauarbeiter trupp auch wieder die 90 kills weil der 20 wieder nicht gegönnt hat ich muss ehrlich sagen ich feiere es mit nando mit den jungs zu zocken einfach geist krank macht sehr viel laune und ja ich habe wieder gespielt die apk ganz kurz aber diesmal nur sputek grip high velocity f-tech tiger polarfire und den zielhilfen grip visier wenn ihr das genau haben wollt wichtig wie ich das getunt habe und so und auch die fennec dann schaut bitte das video war an was in der beschreibung verlinkt ist auch mit personal record ich bin sehr freuen wenn ihr den anschaut und ja gönnt euch das video schaut wenn ihr die apk haben wollt wie gesagt ist eine video an was in der video beschreibung verlinkt ist und auch die fände ist da drin und ja dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video macht's gut liken und kommentieren nicht vergessen ganz wichtig bitte supporte mich dabei dankeschön macht's gut und wir sehen uns im nächsten video ich glaube zwei sind reingedroppt direkt die sind um in der luft der hinter uns ist in der luft hier zwei stück in der luft hier zwei stück in die luft ich kann schon wieder nicht bringen wir sind zwei auf meiner etage ja ich komme zu dir zwei wurden neben uns einer gekauft noch einer noch einer beide 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 mit da kommt dann der die hand und land und links von mir liegt die erste kommt hoch aber ich bin eine noch der letzte müsste der letzte sein ja die p8 die habe ich dachte wir haben die genürzt die ist doch eigentlich die ist doch eigentlich scheiße jungen der hat mich so weg gemacht gerade ich bin wieder da bin bei dir maxi sind die im haus oben der kommt direkt vor der der kommt 23 leute vor mir einer stand ich bin selber stand links vom gebäude links vom gebäude und rechts vom gebäude zwei rechts zwei hinten zwei links einer bei mir direkt an der wochen einer bei mir direkt an der wochen einer bei mir direkt an der wochen hab ich aber auch gerade noch so überlebt du kannst draußen kannst dich nicht mehr mehr da rüber zu gehen weil du einfach nicht weißt wie das ist wieder einer in der luft oben ja das war's ne den jungen den haben wir den haben wir den haben wir ich cover hinter uns ich cover ob noch was aus der sohn kommt der pk ballert halt so böse und dann ist es neid wenn ich ronstadt die schönste da crossed einer über die brücke tattel grösgl dem müssen links von der irgendwo ein abfahren jetzt danke der raus kommen dass wir gar keinen bock zu kommen die pistoler meist alles gestorben oder was einfach maske ja seit jetzt auch nicht fünf jahre jetzt die moon jetzt richtiger paraglider hier im muni box hier ist wer was für eine scheiß zone ja hier sind ganz viele richtung hier hinten ist auch noch einer das meine zone hier lassen wir die zone das ist erstmal schon hier oben schießen die ja lass die man nicht dass die mal versuchen vielleicht kriegen wir die vor dem laufend spieler ist echt von rechts und rechts also drin bleiben in dem turm wir haben wir unten nicht von unten von uns ich einmal auf recht in der hoffnung dass er mich jetzt nicht die müssen kommen die rechte seite runter vom rechts und wir sind rechts und sind rechts runter gesprungen vom turm müssen rechts vom turm irgendwo sein einmal der andere ist hier auf der recht ich kann es nicht auf der rechten seite halt vom turm der wurde abgefasst glaube ich ne 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 da kommt gleich ich sehe den laser hier eines hier jetzt tun noch einer da war gerade noch einer vorne links links und rechts das team ich gucke links ich habe die seite vom turm aber da wird noch ein bisschen was kommt ja von rechts hier kein letztes team er sieht mich aus dem nichts bruder was ist denn los mit ihm er lasert ja absolut geisteskrank da sind zu dritt oder so schildbreak 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 was wenn er auch granate ja ich habe meine money box ich habe einen noch rechts von dem maxi ist auch noch einer ich habe zwei noch jungs ich habe zwei noch der letztes hinten 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 ihr müsst dann ab wir müssen abfahren schildbreak 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 an der palme rechth an der palme an der palme fire wie find ich denn hier bei mir habe ich noch zwei finischen bro finischen noch yo ooo oh let's go wooo 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 baby er macht hier halt einfach die ganze Zeit noch ne stun er nutzt sie einfach nicht ne ich hab keine Zeit zu benutzen hey du wärst nicht ja uns selber war eine geile runde mit der manche auf jeden fall für deinen support war ja gar nicht der weine oder warum leckte es einfach von hinten er muss abgeschossen einfach drei fps perfekt es gibt jetzt so dort ja die ist ja